Ja, also ich bin eigentlich von der Ausbildung her Tiefbautechniker, habe das auch zehn Jahre ausgeübt und habe damit mein Studium finanziert, habe ein Jahr Technik studiert und habe dann umgesattelt auf Medizin, habe das dann fertig gemacht und habe dann die Ausbildung zum Allgemeinmediziner gemacht, war als Notarzt tätig, auf Intensiv, als Anästhesist, auf Anästhesie tätig und bin dann auf Basis von einem Stipendium des Landes Steiermark nach Neuseeland gegangen, habe dort eine zweijährige Ausbildung gemacht zum Master of Public Health und bin dann immer mehr abgedriftet in Richtung Gesundheitswissenschaften und bin jetzt an der Mediode Graz und leite dort den postgradualen Lehrgang Public Health und bin am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie. Also die provokative These ist, dass in Österreich die Digitalisierung vom stationären Bereich, also von den Krankenhäusern, mit der Digitalisierung des niedergelassenen Bereichs, also der Hausärztinnen und Hausärzte immer mehr auseinander driftet und dass das nicht gut ist für die Versorgungsqualität. Ein plakatives Beispiel ist, auf der einen Seite hast du Tablets und Röntgenbilder oder andere Laborparameter, die digital eingespielt werden und direkt am Krankenhausbett verfügbar sind und auf der anderen Seite hast du Excel-Tabellen, Faxgeräte, Stricherlisten, also wirklich Dinge, die man eigentlich aus den 70er Jahren kennt. Also das sind irgendwie die Welt von 2021 und die Welt aus den 70er Jahren, ja. Ich meine, es gibt viele Gründe, warum die so auseinander driften, meiner Meinung nach. Ich meine, ein Grund ist, dass der stationäre Bereich, die Digitalisierung einfach anders ist, das sind Organisationen, Institutionen, das geht hierarchisch, top-down, die haben dann relativ rascher Departments für E-Health, für Digitalisierung, IT-Techniker und draußen sind das Einzelkämpfer, ja, die sind Kleinunternehmer, Einpersonenunternehmen, die haben doch nicht einen Computer, ja, irgendwann sind die Computer gekommen, ist auch nicht so lange her, dass alle jetzt einen Computer haben, dann haben sie eine Software, die Software ist unglaublich unterschiedlich, also ich habe einmal gehört, wir haben da ungefähr 80 verschiedene Software-Pakete, die da draußen im Einsatz sind und die werden dann halt unterschiedlich verwendet, also man verwendet das nur ganz marginal, gerade einmal so, dass es den Namen reinklopft und das, was er halt braucht für Abrechnung und andere verwenden das doch sehr ausführlich. Aber das sind kleine Silos, also bei den Kassenärztinnen und Kassenärzten, die es nur allgemein sind, sind es 4000 kleine Silos über ganz Österreich verteilt, die nicht füreinander verknüpft sind und auf die du keinen Zugriff hast. Also im Bereich der Krankenhäuser hat man das, glaube ich, wirklich optimiert und versucht dort alle Vorteile, die die Digitalisierung bringt, zu nutzen, ja, für das hat man einfach auch Expertinnen und Experten, die sich darum kümmern. Draußen, glaube ich, ist der Nutzen noch nicht wirklich erkannt worden im ganzen Umfang. Ich gebe ein Beispiel, also die chronischen Erkrankungen nehmen zu, weil einfach die Menschen älter werden. Also eigentlich ist vor allem, also drei Viertel der Aufgabe ist eigentlich Management von chronischen Erkrankungen. Und wenn ich jetzt chronisch kranke Menschen gut versorgen würde, zum Beispiel Diabetiker, ja, dann brauche ich eigentlich ein Register, weil ich muss ja wissen, wie viele Diabetiker sind bei meinen Patienten dabei. Also in der Regel sind es so 5, 6 Prozent. Wenn jemand, wenn jemand so 1000 Personen versorgt, meistens sind es 2000, da hast du so 100, 120 Diabetikerinnen und Diabetiker dabei. Du brauchst ein Register, weil eigentlich musst du ja eine strukturierte Versorgung anbieten. Das heißt, du musst einmal im Jahr zum Augenarzt, einmal im Jahr Fuß anschauen, du musst gewisse Laborparameter erheben, du musst das wirklich strukturieren und leitliniengerecht versorgen. Das geht ohne Digitalisierung nicht. Das kannst du mit einer Papierkartei eigentlich nicht mehr leisten. Und dann geht es natürlich noch weiter. Du kannst auch die Digitalisierung nutzen, dass du die Patienten erinnerst, dass sie wieder mal kommen sollen, dass das automatisiert ist. Du kannst aber auch telemedizinische Dinge einsetzen, um Diabetiker zum Beispiel zu bestärken im Selbstmanagement. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man da Digitalisierung einsetzen kann, damit die Versorgung qualitativ besser wird. Und die bessere Prozessqualität bei Diabetiken bedeutet eine höhere Lebensqualität. Das bedeutet aber auch, dass die Komplikationen wie zum Beispiel Fußamputation, Augenprobleme, Nierenprobleme später kommen. Also das ist die Digitalisierung echt ein Mehrwert. Also die bringt wirklich einen Versorgungsqualitäts- Mehrwert. Wichtig ist nur, dass sie benutzerfreundlich ist. Das ist, glaube ich, jetzt wieder ein entscheidender Punkt. Also man braucht irgendwie einmal die Akzeptanz der Ärzte, dass sie sowas auch verwenden. Das kann auch die Pflegekraft sein, wenn jemand eine Pflegekraft hat. Im Gesundheitszentrum machen das in der Regel Pflegekräfte. Aber das muss natürlich auch sozusagen eine Form von Digitalisierung sein, die in diesen Versorgungsprozess hineinpasst. Ja, also ein klassischer Nachteil, der in der Praxis immer wieder angesprochen wird, ist, dass das zu einer Distanz führt. Also das ist die typische Distanz zwischen betroffenen Personen und Anbietern. Anbieter heißt weder die Ärztin oder der Patient. Also du vergrößerst die Distanz, weil ja gerade im medizinischen Bereich ist sehr viel auf Vertrauen aufgebaut und auf Kontinuität. Und auch sehr viel auch durch Face-to-Face anschauen, angreifen, abhorchen, Blutdruck messen. Also viele dieser Dinge sind notwendig für gute Versorgung. Aber ich glaube, man kann beide Welten gut miteinander verknüpfen. Also das, was wir immer verwenden, es muss nur das Richtige, muss richtig passieren. Also wenn das Richtige richtig passiert, dann kann es gelingen. Also auf keinen Fall sinnvoll wäre Medizin, die nur digitalisiert. Wir haben es jetzt auch in der Corona-Pandemie zum Teil erlebt haben, wo dann Abstand zu groß geworden ist. Also wo eigentlich schon zu viel so abgelaufen ist. Aber überhaupt nicht zu digitalisieren, wäre wahrscheinlich auch jetzt nicht das Optimum. Also man muss sich genau überlegen, wo setzt man was ein. Ja, und das meine ich gar nicht nur im Praxismanagement. Das glaube ich in einer modernen Ordination, im modernen Gesundheitszentrum, das ist einfach durchdigitalisiert. Aber auch in der Kommunikation zum Beispiel mit Fachärzten. Also viel läuft da noch über Fax, über Telefon und auch Bildübermittlung und so. Also ist gar nicht so sicher, ob das alle können. Also da ist ganz viel Potenzial. Ja, also man muss nicht immer für, man muss nicht immer, der Patient muss nicht immer zum Facharzt. Also speziell in der Dermatologie, also wenn es um Hautkrankheiten geht, reicht es oft, dass man wirklich gute Bilder macht. Man muss halt entsprechend wieder die Tools haben. Das muss natürlich die entsprechende Auflösung haben. Und das Bild wird dann übermittelt und wird dann quasi irgendwo anders befundet. Und das hat mindestens die gleiche Qualität. Und falls es eben noch nicht ausreicht, dann muss die Person ja doch dorthin. Aber man spart gerade bestellt älteren Menschen dann irgendwelche Wege. Und das ist dann oft mühsam, weil die müssen irgendwo wieder warten und müssen irgendwo hinkommen. Also man kann es sehr gezielt einsetzen. Ja, also ich glaube, an dem führt kein Weg vorbei. Es ist nur immer, wo integriert man es? Also wo macht es hochgradig Sinn? Wo macht es Sinn? Und wo ist man sich gar nicht so sicher, ob es mehr nutzt, als vielleicht Probleme bereitet. Also die Chancen liegen schon darin, dass man, also wenn man es so wie in skandinavischen und englischsprachigen Ländern verwenden, eigentlich fast alle die gleichen Kodierungsinstrumente, nicht unbedingt immer die gleiche Software, aber zumindest die gleiche Art zu kodieren. Und dadurch ist es kompatibel. Und man kann, da macht man sogenannte Research Networks. Ja, also in UK oder in England, Schottland, Irland, sind alle allgemeinschinnischen Praxen eigentlich ein großes Netzwerk drinnen. Und das kann man dann auch als Forschungspraxisnetzwerk nutzen. Das ist eine unglaubliche Datenbasis. Und die haben die jetzt in den letzten zehn Jahren noch mehr verbessert. Das hilft quasi in allen Phasen. Also es ist unglaublich, wie man da lernen kann über Versorgungsqualität, aber durchaus auch, wie Dinge wirken, wie sich Sachen entwickeln. Also es ist enorm. Das können wir gar nicht. Also dem sind wir ganz, ganz weit weg. Also das ist irgendwie das. Und das Gegenteil, also das negative Beispiel wäre, also ein Arzt verwendet eine Software und kümmert sich überhaupt nicht, wie er Diabetes reinschreibt. Ja, also er schreibt einmal Diabetes, einmal schreibt er Typ 2 Diabetes, einmal schreibt er Zuckerkrankheit, einmal schreibt er irgendwas anderes. Und wenn man ihn dann fragt, ja und wie viel Diabetiker versorgst du, kann er das gar nicht auf Knopfdruck sagen, weil er jedes Mal einen anderen Begriff verwendet hat. Ja. Und dann fragt man ihn mir, warum, warum, dann sagt er mir, ist das wurscht. Und da gibt es wirklich. Und manche können sagen, ja okay, ich versorge 123 Personen mit Diabetes in meiner Praxis und das Nächste, was ich dann frage, und wie viele davon sind insulinpflichtig? Sagt er, weiß ich nicht. Sagt er, aber das musst du ja wissen, das musst du mit Knopfdruck das Programm sagen. Und das Nächste, was ich frage, und wie viele davon sind vom HB1C, das ist so ein physiologischer Parameter, sind im Zielbereich? Sagt er, weiß ich nicht. Und er hat gesagt, das solltest du aber wissen, weil das ist wichtig für die Versorgungsqualität. Und wie viel Prozent von deinen Diabetikern waren im letzten Jahr beim Augenarzt? Also das sind sogenannte Qualitätsindikatoren. Also in den skandinavischen, eingesprochenen Ländern kann das eigentlich fast jeder auf Knopfdruck. Ja, also jeder. Das ist durchs Standard. Aber das reicht natürlich auch noch nicht, weil es macht auch noch nicht quasi die endgültige Versorgungsqualität aus. Weil letztendlich brauche ich dann auch noch diesen persönlichen Kontakt und muss halt auch schauen, dass die Leitung jetzt recht kommen wird. Vor allem, ich rede jetzt viel über diese chronischen Erkrankungen, weil speziell bei chronischen Erkrankungen, glaube ich, Digitalisierungen draußen, außerhalb der Spitäler, einen großen Vorteil bringen kann. Also ich würde jetzt provokant sagen, es ist schon auch die Aufgabe des Benutzers, dass er ein bisschen versteht, was da abläuft. Aber es ist vor allem, ich glaube, schon auch der Softwareentwickler und der IT-Menschen, Oberflächen zur Verfügung zu stellen, die so benutzerfreundlich sind, dass sie auch einfach zur Hand haben sind. Also ich muss nicht immer alles verstehen, was da dahinter abläuft, um jetzt, wie gesagt, Diabetika in einer Datenbasis zu erfassen. Je benutzerfreundlicher das ist, desto besser. Also je simpler das ist für einen Benutzer, desto besser. Auch wenn das Ärztinnen und Ärzte sind. Also je weniger Zeit ich damit aufwende, mich da irgendwie darum zu kümmern, dass das irgendwas Kompliziertes ist. Ich gebe noch ein Beispiel, weil ich das einmal gesehen habe, in Holland verwenden sie das, also vor allem im Pflegebereich. Wir sind jetzt sehr stark draußen in der Wohnortnahenversorgung, aber das ist eben auch der Bereich, wo ich mich gut auskenne. Im Pflegebereich verwenden Pflegekräfte alle Tablets. Also die haben ein Tablet und können quasi von jedem Ort, wo sie sind, zugreifen auf ein Intranet. Das bietet natürlich auch wieder ganz viele Vorteile, weil ich kann vor Ort, wenn ich die Person vielleicht schon kenne oder nicht kenne, kann ich dort Befunde abfragen, kann ich mal schauen, wann war jetzt was, was war das letzte Mal im Krankenhaus oder so. Ich kann aber noch was machen und das machen die in Holland. Ich kann quasi die Schwarmintelligenz nutzen. Also ich stehe jetzt zum Beispiel vor einer älteren Dame und die hat irgendwie so komische Wunde. Ich kann ein Foto von der Wunde machen und kann das an diesen Schwarm schicken. Und das heißt jetzt nicht, dass alle das Foto anschauen, sondern da gibt es sogenannte Wundexpertinnen und die tragen es ja ein. Also C, San, D, die das quasi am besten können. Und die haben auch vielleicht nicht alle Zeit, aber drei, vier oder fünf schauen schon drauf. Und ich kriege relativ rasch eine Rückmeldung mit guten Tipps, was zu tun ist. Und ein Beispiel wurde beim Vortrag einmal erwähnt, da war der Verdacht auf Missbrauch, auch im Pflegebereich. Und die Person hat nicht genau gewusst, was mache ich eigentlich in dem Fall. Und hat das an die Schwarmintelligenz geschickt und die sagt dann, innerhalb von 30 Sekunden habe ich genaue Empfehlungen drauf, was jetzt zu tun ist. Also welches Dokument auszufüllen ist, welche Schritte zu tun ist. Einfach, weil es irgendwer im Schwarm genau weiß, was zu tun ist. Und das ist schon ein Potenzial, das man nutzen kann. Und das Beispiel der mobilen Pflege jetzt in Holland ist, die verbinden eigentlich Digitalisierung mit einer unglaublich persönlichen Pflege. Also die haben dann ganz viel Zeit, auch für diese Gespräche Kaffee zu trinken. Und das ist eigentlich das, was mich an diesen Modellen, das heißt es, Burzorg heißt das, Burzorg geschrieben, ein Modell so angesprochen hat, dass man quasi die moderne Technologie verbindet, also mit allen Prinzipien und allen Werten von einer sehr personenzentrierten Pflege. Das ist fast schon ideal. Und das würde ich mir auch wünschen, durchaus für zum Beispiel die allgemeinmedizinische Versorgung, die hausärztliche Versorgung, dass du also quasi die IT nutzt. Und wirklich at its best, was immer das ist, ob das Apps sind, ob das telemedizinische Tools sind, ob das jetzt Software oder sonst was ist. Aber du gewinnst dadurch Zeit, wieder mit jemandem persönlich über irgendwas zu reden. Also quasi diese menschliche Beziehung nicht zu verlieren. Ich glaube, das wäre irgendwo so diese ideale Balance. Also ich rede jetzt nur über das öffentliche Gesundheitssystem, nicht über das private Gesundheitssystem. Ich glaube, das private System hat wieder eine andere Dynamik. Im öffentlichen Gesundheitssystem würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung förderlicher werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass man auch schaut, dass der Wildwuchs nicht so groß wird. Also wenn ich zum Beispiel ein Kodierungsinstrument einsetze, draußen im niederösten Bereich, das ist eines der letzten Länder in Europa, das nicht kodiert, also keine Diagnosen erfasst da draußen, dann muss das einheitlich sein. Also es muss ein einheitlicher Standard sein. Also ich wünsche mir quasi Rahmenbedingungen, die zum Teil Standard setzen, förderlich sind, vielleicht auch Finanzierungsanreize setzen. Ganz einfach, dass dieser Abstand zwischen Krankenhaus und draußen niederlässt einen Ersten, dass der nicht zu groß wird. Weil letztendlich sind das kommunizierende Gefäße. Also eigentlich diese Grenzen verschwimmen. Beispiel ist diese Tageskliniken, diese ganzen ambulanten Versorgungen, die sind ja eigentlich schon in diesem Graubereich zwischen stationär und wohnortnah. Und das verschwimmt vollkommen. Und dieses Verschwimmen, also wenn man es wieder Dänemark anspricht, das wird erst dadurch ermöglicht, dass du quasi die Kommunikation nicht nur digitalisierst, sondern dass alle Beteiligten zugreifen können auf die Informationen, auf den Versorgungsprozess. Weil ansonsten ist es nur die Person, die eigentlich alles erlebt. Also die Person war beim Allgemeinmediziner, dann beim Therapeuten, dann beim Radiologen, dann war es eine stationäre Aufnahme, dann war es bei der Ambulanz in Kontrolle, dann war es wieder beim Hausarzt. Das ist die einzige Person, die das alles erlebt, den gesamten Versorgungsprozess. Und das muss ich irgendwie schaffen, dass alle Akteure das selber quasi für sich selber visualisieren können, was war da jetzt eigentlich in den letzten zwei Wochen, aber auch miteinander kommunizieren können. Also relativ rasch sozusagen einen Kontakt retreten zu können. und dass ich nicht irgendwie suchen muss, wer war da jetzt eigentlich beteiligt, sondern dass ich gleich weiß, welche Physiotherapeutin war da beteiligt, gleich direkt anrufen kann und fragen kann, was war da jetzt eigentlich. Also irgendwie, dass man das Menschliche nicht verliert, aber die Digitalisierung nutzt, um eigentlich Versorgungsqualität zu steigern und damit auch irgendwie Lebensqualität von den betroffenen Personen. und damit auch irgendwie Lebensqualität zu steigern.